Hallo, ich bin ein absoluter Kürbisliebhaber. Sobald es Kürbisse gibt, gibt es mindestens einmal die Woche ein Gericht damit. Ich habe zum Glück schon alle in der Familie mit Kürbisgerichten angesteckt, denn die finden das jetzt genauso lecker und deshalb kann ich einfach nicht widerstehen mit Kürbis zu kochen oder zu backen. Aber heute möchte ich euch meine Lieblingskürbissuppe zeigen. Für die Kürbissuppe braucht ihr folgende Zutaten. Einen großen oder zwei kleine Hogaito-Kürbisse, eine große Zwiebel, zwei zählen Knoblauch, einen gut gehäuften Esslöffel Tomatenmark, Gewürze, da nehme ich am liebsten Pfeffer, Salz und Chili-Flocken, von allem so circa einen halben Esslöffel. Aber da schmeckt dir die Kürbissuppe am Ende am besten nochmal nach eurem Geschmack ab, denn jeder mag das von den Gewürzen von der Menge her ja ein bisschen anders. Dann braucht ihr noch 800 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Milliliter Orangensaft, 200 Milliliter Sahne und 250 Gramm Ricotta. Außerdem braucht ihr gleich noch einen Schluck Sonnenblumenöl, um die Zutaten anzubraten. Dafür gehen wir jetzt einfach mal rüber an den Herd. Als erstes gebt ihr einfach einen Schluck Sonnenblumenöl in einen großen Topf und lasst das schön heiß werden und bratet dann die Zwiebeln mit dem Knoblauch an. Jetzt gehen wir jetzt ein bisschen nach dem Wasser up. Und geben jetzt noch die Sahne und Gemüsebrühe hinzu und lassen alles ca. 20 Minuten fächeln, bis der Kürbis weich ist. Und wenn der weich ist, pürieren wir den Bär. Das zeige ich euch später. Und bevor ich vergesse zu sagen, rührt am besten die Suppe ab und zu mal um. Nach den 20 Minuten, wenn der Kürbis schön weich ist, pürieren wir das jetzt alles. Wenn der Kürbis dann püriert ist und keine Stückchen mehr drin sind, können wir Ricotta und die Gewürze unterrühren. Hier seht ihr auch mal die Konsistenz von der Suppe. Wer die gerne etwas cremiger hat, gibt einfach 600 Milliliter Gemüsebrühe statt 800 hinzu. Und jetzt so lange rühren, bis der Ricotta sich aufgelöst hat. Wer gerne den Geschmack von Muskatnuss mag, kann da auch einfach etwas in die Suppe einrühren. Das schmeckt auch ganz gut. Jetzt möchte ich gar keine großen Worte mehr verlieren, sondern mir einen Teller aus Suppe vollschöpfen und direkt genießen. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen. Falls du Lust auf weitere hast, schau doch auf meiner Internetseite oder bei mir auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal. Eure Janneke. Bis zum nächsten Mal. Eure Janneke. Vielen Dank.